Moin Mädels, moin Jungs, mein Name ist Kato, der Kalle Koschinski und heute spielen wir Ready or Not, Here I Come, You Can't Hide, I'm Gonna Find You, Take It Slowly. Mit dabei ist der gute Knüppelpest, der steht hier vorne und Skui, der ist hier, sagt man nämlich Skui oder Skui oder was sagt man? Skui. Skui oder? Ja, einfach Skui. Ja, also Skui. Mit den beiden jungen Herren habe ich in letzter Zeit ab und zu mal Tarkov gespielt. Tarkov ist mein neues Lieblingsspiel, ich bin süchtig, bitte helft mir. Bitte helft Sie mir. Das ist schon mal Punkt 1, aber ich dachte, es wäre bestimmt, was machst du für Übungen da? Kniebeugen. Erstmal schon knicklich die Ablenkung. Skui, guck uns mal so an, dass uns beide siehst, weil oben rechts, ihr seht schon, kann man eine Kamera von seinen Mates anzeigen lassen. Das ist ganz cool, so eine Headcam. Jetzt mach doch ein paar Kniebeugen. Ich bin fett, ich kann das nicht so gut. Mir dauert es auch ein bisschen länger und ich kann sogar durchswitchen, ich kann noch Knüppelzicht sehen, das ist ziemlich nice. Wir sind ja das KSK-Kommando. Richtig. Kalle, Skui, Knüppel oder Knüppel, Skui, Kalle. Wieso ist Skui eigentlich immer in der Mitte? Ja. Das erliebt als Sandwich. Wie nimmt man hier einen Auftrag an? Ich hab keinen blassen Schimmer. Okay, ah hier, Select Mission. So, hier sind jetzt verschiedene Missionen. Viele sind in der City, manche sind ein bisschen außerhalb. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob es hier ein Schwierigkeitsgraph gibt oder ob alles... Oh, hier ist noch eine... Oh, das hat hier Standard-Test-Level. Ja gut, da sind wir wahrscheinlich gerade. Ja, so mitten in der Stadt fände ich schon ganz cool eigentlich. Dann geh ich mal hier in so ein Hotel, da können wir mich einchecken. Einchecken. Die Einheit D soll vor Ort eingesetzt werden, um die wichtigsten Etagen des Hotels zu räumen. Mehrere Zivilisten innerer... Was? Inneren. Achso. Zivilisten im Inneren, sehr gefährliche, trügerische Verdächtige, seien sie auf Zack. Das ist der Satz tatsächlich, so wie er das steht. Ich sag's nur. Verschiedene Raids sozusagen. Es gibt sogar eine, die heißt Raid, die ist auf schwer. Ja, dann direkt los, natürlich. Ach nee, das ist die Schwierigkeit. Es gibt... Es gibt... Entschuldigung, ich bin dumm. Ein bewaffneter Mann streift durch die Hallen, macht Jagd auf Zivilisten und tötet sie in einem wahnsinnigen Rausch. Schalten Sie diese Bedrohung aus, bevor Sie zu viele Unschuldige... Bevor zu viele Unschuldige ihr Leben verlieren. Ich denke, das ist auch genau das, was wir suchen. Ballern. 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 Ballern, rein. So, okay. Oh, da wird geballert. Hat geschossen. Hallo? Oh mein Gott. Oh Gott. So, let's go. Sieht aus, als würde ich ihn anpissen. Gut, also, ich weiß nicht, ob wir uns schon... Ich glaube, der Amokläufer hat schon alles getötet, wahrscheinlich. Mr. Amokläufer, bitte kurz warten, wir kommen gleich. Impeck, Impeck, Granada geht raus. Oh, wo geht die denn? Oh, fuck. Ja, ja. Das ist ja echt... Oh Gott. Geht, der ballert schon, oder nicht? Oh, hier... Du hast jemanden umgerauen mit dem Gas. Oh mein Gott, der blutet. Der hier lebt noch. Oh mein Gott, Vorsicht, 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 Granate. Scheiße. Mit G werfe ich verseh nicht direkt Granaten. Echt? Oh ja, stimmt. Wisst ihr, wie das bei mir aussieht? Das ist ja mysteriös. Oh, die Tür ist lockt. Kannst du auch treten? Die Tür ist nicht mehr lockt. Wie geil ist das? Die Frage ist, würden die uns hören... Leute. Wir sind wieder am Anfang, ne? Wieder am Anfang, ne? Okay, mach mal die Tür auf, Türöffner. Ich mach's richtig. Wenn, wenn, dann richtig. Hier liegen viele Menschen, die tot sind, offensichtlich. So ein paar, ja. Kann es sein, dass der hier ist vielleicht? Türöffner, Knüppelpaste. Wieder einmal dieses Spray raus. Das sieht so witzig aus. Noch einer. Klick, klick, klick. Move, move, move. Oh, da lebt noch jemand. Restrain den, falls der nämlich ein Verarscher ist, wisst ihr? Vielleicht ist das nämlich der Gefährliche hier. Oh mein Gott. So, hier ist, guck mal hier, können wir mal gucken. Security Camps, ja, Security Camps, nice. Kommissar Skui, geben Sie bitte vor. Küche hier, wir sind hier in der Küche, glaube ich. Küche, Küche, Tür ist offen. Zeig doch clear. Clear, clear, links, clear. Ich gehe hinter die Bar. Jut, 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 jut. Auch clear. Ich schmeiße Granate. Flashbang ist raus. Ich bin verletzt. Brauche Backup. Muss mich verarzten. Oh mein Gott. Mein Bein tut weh. Ich habe richtig einen abbekommen. Ich habe den, ich habe den, glaube ich. Alles gut, ich mache es schon. Ich schmeiße Granate, Vorsicht. Flashbang ist raus. Go, 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 go. Telefon. Wer ruft denn da ein Münz-Telefon an? Das Licht, hier ist Licht. Achtung, ich mache auf hier. Offen. Ich sagte, warte. Hier eine Leiche auf dem Boden. Also, der lebt noch. Es ist gut, die sind hier den anderen Gang gegangen. Okay, wir gehen vor, wir gehen vor, wir gehen vor. Haben wir uns eigentlich komplett verlaufen oder wissen wir, wo wir sind? Wir sind jetzt hier in der Küche, ne? Alter, jetzt hör auf. Das war es komplett. Aber hier sind wir noch nicht überall lang gegangen, ne? Jetzt mal den Einraum klären hier. Wäscherraum ist clear. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut aus. Zivilist, Zivilist, Zivilist. So. Ich werde ihn jetzt kaufen. Sorry, ich wollte nur mal schießen. So. Oh, Gegner von uns. Neutralisiert. Oh, einer von hinten, einer von hinten. Einer von hinten. Ja, keiner lacht. Jetzt sind wir wieder im scheiß Kühlraum hier. Wir können abstimmen. Was denn? Ob wir fertig sind oder was? Ja, ich glaube, wir sind fertig. Ziele, rescue all of the civilians, bring order to chaos. Jetzt ist diese Amokläufer, Amokläufer-Quest für diesen, für einen anderen Standort auch weg. Ja, ja, ich sehe gerade. Ey, es gibt einen Rambock-Knüppel. Okay, welche Mission nehmen wir? Ähm, ich schaue mal erst mal nach einer guten Location. Ich würde es uns vielleicht mal außerhalb den Port nehmen. Port Hoken. Vielleicht ist da ein bisschen mehr los. Ich versuche jetzt mal herauszufinden, welche Mission uns die meisten Gegner gibt. Ich glaube nämlich, Raid wäre jetzt dann das Beste. Die Verdächtigen sind hochgefährlich. Sie werden sich nicht leicht ergeben. Daher wurden ihre, was? R-O-E gelockert. So gut ist auf Engagement. Cool, dann lass uns die einfach bombsen. Passt mal auf mit euren Granaten, Herr Knüppel, passt. Sie haben jetzt einen Rambock dabei, habe ich gesehen. Fünf zum Tür öffnen. Herr Skui, was ist Ihre Spezialfähigkeit? Night Vision Goggles. Das ist natürlich blöd, wenn es hell ist die ganze Zeit, aber ja. Abfahrt. Und du gehst mit deinem Schild vor. Alter, guck, wie ich das hier halte. Soll ich vorgehen? Ich sehe nämlich alles, weil ich... Ja, so natürlich nicht. Ja, Abfahrt. Abschluss bestätigen. Oh, da ist ein Gegner vor uns. Ah, werde er beschossen. Aua, aua. Naja, kommt doch. Mach doch mal den... Oh mein Gott. Oh, der kommt. Hab ihn. Mein, 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 ja. Oh nein, ich habe den bestätigt, den Kill. Oh nein, ich komme ins Gefängnis. Sector Clear. Wahrscheinlich in der Halle drin, oder? Ich werde beschossen, werde beschossen, werde beschossen. Saustür ist aus dem Fenster. Im rechten, oben. Rechten, oben habe ich oben. So, also können wir hier rein, oder was? Das war wahrscheinlich ein Zeichen, dass wir hier rein sollen. Vielleicht ist draußen. Go, 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 go. Oh mein Gott. Mann, ey. Ey, was habe ich hier für eine Truppe? Einer bitte auf die Fenster achten. Einer bitte auf die Fenster. Ich habe die Fenster, ich habe die Fenster. So, die Tür kann man hier aufbrechen. Herr Rambock, bitte. Vorsicht. Hier ist auch noch eine Tür hinter uns. Nein, hier ist auch noch eine Tür hinter uns. Moment, Granate, 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 Granate. Oh, den hast du, glaube ich, gerade getötet. Alter, ich habe den genaded. Feuer frei, Feuer frei. Zivilist, Zivilist. Feuer frei. Ich habe die Treppe, ich habe die Treppe. Geh vor, ich habe die Treppe. Ich habe die Tür. Ich habe ihn gesehen, habe ihn gesehen. Quick peek, quick peek. Halt hier. Ah, ist schon Matsche-Pampe. Cleart den Raum, Cleart den Raum, Freunde. Oh. Ey, ich... Er ist einfach in die Waffe reingehend. Ich habe es gesehen. Keiner bestätigt diesen Kill. Keiner bestätigt diesen Kill. Oh, 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 oh. Du hast mich angerambockt. Hey, 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 hey. Hoch oder runter? Wir waren hoch, oder? Da waren noch eben Schüsse. Ab hier ein Aua. Aua, au. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Granata geht vor. Impact geht raus. Nein, ich bin doch schon hier. Oli shit. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oma, warte, ich mach auf. Ich gehe vor. Schön, Knüppel. Schön. Mal weg. Hab ihn. Sag mal, Männer. Könnt ihr euch jetzt mal töten, oder was? Wir hören dich. So, meiner, das lief jetzt richtig scheiße. Squill. Das ist eigentlich dein Auftrag. Dein Auftrag ist hier, die Sicht im Auge zu behalten. Wofür hast du die scheiß Klubstelle auf deiner Nase? Ja, wenn du einfach vorrennst. So. Gleiches Spiel nochmal, ne? Pass auf, direkt rechts jetzt, ne? Na, weiß ich nicht. Die stehen, glaube ich, nicht immer an der gleichen Stelle. Hier ist nämlich China. Hinter uns ist auch noch eine Tür. Und jetzt ist das kein Zivilien, oder was? Eben war das ein Zivilien. Ich bin richtig geflasht. Oh. Äh. Ja. Verdächtiger erschossen. Jetzt hast du bestätigt. Ich habe... Achtung, 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 Kontakt, Kontakt, Kontakt im Büro. Fachhilfe, Kontakt im Büro. Jürg, 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 wir kommen. Nein, 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 nein. Nimm ihn fest gleich. Ja, da ist noch einer hinter, da ist noch einer hinter. Ja, ich sprühe den voll, ich sprühe den voll, komm. Ah, schluck. Oh, sorry. Tür geht auf, wenn jetzt. Der war ein Ziviliener. Der ist weggerannt, der ist rausgerannt. Der steht unten, der steht unten. Ja, der lebte noch. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Nicht erschießen. Gut, ich nehme ihn fest. Habe ihn festgenommen. Ja, ich habe nichts gesehen. Sorry. Ah, wer der beschossen. Nee, ich bin zu Hause. Man ist da. Man ist schon wieser. Was ist passiert? Ich bin da und ich bin da. Was ist passiert? Schluck das. Okay, äh, ja. Gut, ähm. Irgendwie der eine uns beide weggemacht hat. Police, äh, FBI, äh, open up, Alter. FBI, KLSK, open up. Schmeiß mal auf. Knüppel ist tot, Knüppel ist tot. Kein Verlust, ich wiederhole, kein Verlust. Er war doch so jung. Ach, scheiße, ich dachte, ich kann uns, naja. So, KLSK, die vierte. Mein Gott. Ja, hier links wieder, gleiches Szenario. Und auf dem Boden. Rotter. Wir klären noch mal die Halle hier hin, bevor wir da oben reingehen. Nochmal Fenster checken. Fenster check. Ich glaube, da gibt es oben einen kleinen Spalt, da kann man durchs Fenster reingucken. Ganz, ganz klein. Versuche noch mal, die Tür zu öffnen. Tür ist einfach so auf. Werde beschafft. Hinter der Tür, hinter der Tür. Ah, 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 ah. Sehr gut, ich will nicht pushen. Ja. So, also Hafenmission, die zehn. Verdächtigen. Oh, werde beschossen. Hab ihn. Head eyes. Fenster. Rechtes Fenster oben. Werde beschossen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Grön, ne, ne. Oh, die geht. Die war gut, die war gut, die war gut. Okay, der ist weggehauen. Der ist hier runter. Lol, wo kam er denn jetzt hier? Hier drin ist sonst keiner mehr. Gut. Okay, clear. Sektor clear. Gut, wir machen. Hier hinter stand mal einer, ne? Oh, okay, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, es ist ein Alarm angegangen. Mach die Türen wieder zu hier. Skully hat jemand neutralisiert. Door's locked, okay. Ich muss den Dampfhammer nehmen. Granada. Gut, hier ist nix. Ist was vor uns. Ich schmeiße Flash rein. Flash geht, Flash geht. Put your hands up. 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 Ja, golly. Hands up. Hier ist noch jemand, noch jemand. Head Eyes. Clear, clear. Hier, Gebäude clear. Raum clear. Alles clear. Nice, Dicker. Head Eyes. Sehr nice. Ja. Türen wieder auf. Ich habe einfach nur geschossen. Ist tot. Ist tot, ist tot. Okay. Auf. Daneben, sorry. Er schießt auf mich. Aua. Screen tot. Okay, egal. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Suspect down. Alarm. Steps, steps, steps. Oh nein. Jungs, ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Ich habe einen Knüppel getötet. Ihr Schweine. Ich habe nur neutralisiert, ihr dumme Fratze. You are wiggling noch. Jetzt nicht. Ja, okay. Ja, doch. Ja. Oh. Ich mache jetzt hier eine Rambo. Das war, ja. Ähm. Jungs, Frau. Ist jetzt blöd gelaufen, ne? Das war eine Runde. Ready or not? Wir sind not so ready. Not so ready. Schaut gerne bei Skui und Knüppelpasta auf Twitch vor allem vorbei. Ihr habt auch YouTube-Kanäle, ne? Das ist alles verlinkt. Äh, unten in der Box. Ähm. Also meine Bewertung ist F. Ich habe auch, ja. Ich habe minus 665 Punkte. Das war's, ne? Ist das gut? Tschüss. Das ist super, ja. Das ist super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.